Cowboy oder Indianer? Cowboy. Ja doch. Sieht man ja auch, oder? Cowboy oder Indianer. Oh, Berge oder Meer? Alter, das ist schwer. Ich liebe Kroatien, da sind Berge und Meer. Eher Berge. Oder das Meer? Berge. Berge. Genau, Berge. Sportlich aktiv, Couch. Ich sage einfach mal sportlich. Sportlich aktiv. Morgenmensch? Ja, Morgenmensch. Doch, nachdem ich meinen Kaffee getrunken habe tatsächlich. Dann geht es mir. Bier oder Wein? Ich bin eher der Weintrinker. Wein. Burger oder Schweinebraten? Schweinebraten mit Knödel. Kartoffelknödel. Hund oder Katze? Oh, wir hatten eine Katze. Die war süß. Einen Hund hatte ich noch nicht. Die sind auch süß, habe ich gehört. Aber ich denke eher Katze. Katze, ja. Vanille oder Schokoeis? Ich mag ja Joghurt. Nehmen wir Vanille. Schlager oder Rock? Schlager. Ich liebe das. Florian Silbereisen. Das ist kein Scherz, das stimmt wirklich. Tee oder Kaffee? Kaffee. Tee? Spontan geplant. Ich bin eher, ich plane, ich plane vieles durch. Struktur oder Chaos? Struktur. Mein Schreibtisch kennt jeder, alles ordentlich. Film oder Theater? Oh. In dem Fall Theater. Wir spielen ja kein Mai. Neu oder Alt? Ja, in welchem Zusammenhang? Ich mag Historisches. Aber wenn man Sachen meint, lieber neu. Servus oder Servus? Habe ich mir jetzt angewöhnt. Servus. Danke. Danke ist danke.